Hallo, ich bin Nicole Dorasil vom Team Telekom Nachhaltigkeitsmanager. Der Schutz der Menschenrechte und Umweltauswirkungen innerhalb der Lieferkette steht im Fokus des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes. Um dieses gesetzeskonform zu erfüllen, bieten wir im Telekom Nachhaltigkeitsmanager das Modul Lieferantenmanagement an. Um eine LKSG-konforme Risikoanalyse durchzuführen, werden zunächst alle relevanten Lieferanten auf die Plattform eingeladen. Dabei erfolgt auch ein Abgleich auf bereits bestehende Lieferanten. Dies ist mittels API-Schnittstelle oder dem vorbereiteten Excel-Template möglich. Anschließend erfolgt eine Risikobewertung der gesamten Lieferantenbasis. Alle 13 LKSG-Risiken werden abgebildet. Die vorgefertigten Lieferantenassessments sind fachlich abgesichert. Auch Präventions- und Abhilfemaßnahmen können über das Tool gemanagt werden. Sie erhalten Einblicke über den Reifegrad Ihrer Lieferanten und können Ihren Sorgfaltspflichten nachkommen, indem Sie einfach einen Bericht generieren, um diesen beispielsweise an das BAFA zu schicken oder die CSRD-relevanten Datenpunkte zu exportieren. So kommen Sie unkompliziert Ihren Sorgfaltspflichten nach. Die LKSG-Konformität unserer Plattform wurde durch ein Gutachten von Taylor Wessing bestätigt. Für weitere Infos schaut auf unsere Homepage telekom-nachhaltigkeitsmanager.de und bucht gerne einen persönlichen Termin.